Also, was ich damit sagen will, das Skaten fehlt mir wirklich unglaublich. Und auch das Roller, bei Wettbewerben zu skaten. Es macht zwar Spaß im Park zu üben, aber es ist nicht das gleiche wie die Bahn. Für uns alle ist das sehr schwierig, aber Ramiro ist der einzige, der das Team gewechselt hat. Das stimmt, aber Ramiro sieht das nicht so. Für Ramiro ist Skaten seine Zukunft, das was er liebt. Deswegen hat er sich so entschieden, er will seinen Traum nicht aufgeben. Ist er das? Ja, natürlich. Er ruft schon die ganze Zeit an. Meinetwegen kann er das den ganzen Tag. Ich gehe nicht ran. Lass uns das Thema wechseln. Hast du mit Matteo geredet? Nein, noch nicht. Okay, aber das musst du noch. Wieso ich? Weil er auf dich am ehesten hört und außerdem dürfen wir nicht noch ein Skater verlieren. Ist ja gut. Ich versuche mit ihm zu reden, aber ich kann nichts versprechen, okay? Klar, und du red mit Ramiro. Ich denke drüber nach. Maggie, könnten Sie mir bitte mit den Blumen helfen? Was machen Sie denn mit der Kette? Gefällt sie Ihnen, Monique? Sie sieht traumhaft an mir aus, oder? Ja, weil sie traumhaft ist, aber Sie sollten die Finger von dieser Kiste lassen, denn sie gehört Signora Sharon. Sie wurde aus dem Lager gebracht und muss aufbewahrt werden. Tut mir leid, ich habe sie aufgehoben, weil sie runtergefallen ist. Ach, es ist so ein schönes Stück. Gefällt Ihnen der Alexandrit? Wie bitte, Alexandrit? Ach, Monique, wie unschuldig Sie sind. Alexandrit ist der Name dieses wundervollen Edelsteins. Wussten Sie das nicht? Er war groß in Mode letztes Jahr. Nein, ich weiß nicht sehr viel über Edelsteine, aber Sie anscheinend umso mehr. Ich bin ein Ver...